Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserer GitGithub Tutorial Reihe. Heute geht es um Pull Request. Das heißt, ein Pull Request zu erstellen scheint erstmal total einfach zu sein. Hier ein New Pull Request, aber für was brauche ich das Ganze überhaupt und warum kann ich jetzt hier zum Beispiel gerade keinen erstellen? Und wie macht man das über eine IDE? Das sind alles Fragen, die wir heute klären wollen. Gut, dazu fangen wir direkt an. Ich möchte ein Beispiel geben, wann Pull Requests sinnvoll sind. Sagen wir einfach mal, ich möchte am Linux System irgendwas ändern. Also der Linux Kernel ist komplett Open Source auf GitHub und ich möchte, ich habe irgendein richtig geiles Feature, das ich jetzt da einbauen möchte. Aber ich habe natürlich keine Rechte, weil ich bin ja nicht der Chef von hier Linux. Und deswegen, was ich mache ist, ich forke das Ganze. Forken ist sozusagen der erste Schritt, den ihr bei jedem Repo einfach machen könnt. Wenn ihr es dann hier oben über GitHub gefunden habt, könnt ihr hier einfach auf Fork klicken und dann besitzen. Dann wisst ihr dieses Repository zu genau diesem Zeitpunkt in eurem Konto. Und dieses in eurem Konto besitzen bedeutet, ihr könnt da natürlich auch dran machen, was ihr wollt. Es ist natürlich nicht das richtige Linux Repository, sondern nur eine Kopie davon. Das heißt, wenn irgendwie ein neues Linux gebildet wird, also erstellt wird aus Code, dann ist das natürlich nicht mit eurem Repository, sondern immer noch mit dem ursprünglichen Repository. Das heißt, kein bisschen von dem Code, den ihr jetzt bei euch ändert, ist irgendwie dann angekommen, auch wirklich bei Linux. Und für genau diesen Fall gibt es Pull Requests. Mit einem Pull Request könnt ihr sozusagen euren Fork dann auch wieder in das Original Repository zurückbringen. Das muss natürlich von dem Administrator des Original Repositories dann natürlich auch genehmigt werden. Also ihr könnt nicht einfach jeden Code zurückschreiben, sonst wäre natürlich alles komplett kaputt. Sonst könnte ein Hacker einfach sagen, ich mache eine riesen Lücke in Linux rein und das war es dann. Nein, natürlich muss es dann nochmal durchgelesen werden und dann wird es erst reingepusht in das Original Repository und das wird eben über den Pull Request gemacht. Gut, das heißt, ihr könnt dann an eurem Repo ganz normal arbeiten und könnt das dann einfach zurückschicken über Pull Request und dann habt ihr hier, wenn ihr ein Repository besitzt, habt ihr hier diese Pull Request, die dann eben Anfragen sozusagen sind, sodass Code da wieder rein soll. Okay, wir wollen das Ganze jetzt mal selber machen. Wir haben natürlich hier das Ganze schon in dieser Datei hier lokal bei uns und lokal ist im Endeffekt auch nichts anderes wie ein Fork von dem Online Repository. Das heißt, ich kann hier dann natürlich auch Pull Requests erstellen, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann quasi für mich lokal das Ganze forken und kann dann sagen, hey, ich möchte hier bitte einen Pull Request stellen, mach mal sozusagen. Und dazu möchte ich jetzt als erstes mal einen neuen Branch erstellen, Git und dann gehen wir hier auf Branches und wir machen einen neuen Branch. Pull, ups, Pull, wenn ich jetzt heute noch tippen könnte, das wäre schon ganz geil. Pull Branch. So, und wir arbeiten jetzt selbstverständlich auf dem Pull Branch. Jetzt sagen wir hier, ich möchte, keine Ahnung, zum Beispiel Bodenstriche einfügen und möchte das selbstverständlich committen. Ähm, das scheint gut zu sein. Achtung, nicht pushen. So, okay. Und was ich jetzt mache, ist, ich mache einen Pull Request auf. Das geht hier auch über VCS. Git, create, pull request. Und dann muss ich mich hier einloggen. Und dann wird es nochmal geladen. Und dann kann ich hier angeben, was ich genau haben möchte. Ähm, sprich, ich habe hier meinen Base Branch. Das ist der Master. Achtung, da kann man sich jetzt auch anzeigen lassen, was der Unterschied ist. Ähm, wir sehen hier die Bodenstriche. Das ist offensichtlich der, oh, da oben habe ich nur einen normalen Strich reingesetzt. Ähm, das ist der Master von, also der Origin Master und mein Pull Branch. Und hierfür zeige ich mir sozusagen die Unterschiede an. Ich kann hier sogar auswählen, falls ich einen anderen Fork habe. Ähm, also quasi, ja, falls ich irgendwas anderes habe, könnte ich das auch auswählen hier. Und jetzt kann ich hier auswählen, ähm, wie mein Titel lauten soll und dann eben, was ich hier als Beschreibung eingeben möchte. Ist aber in Ordnung für mich so. Jetzt muss ich mich nochmal einloggen. So. Und. Das dauert ein bisschen. So. Und der Pull Request ist durch. Achtet darauf, wenn ihr auf eurem Master Branch arbeitet, geht das nicht. Ihr braucht da tatsächlich einen Branch dafür. So. Und, äh, ja, das ist eigentlich alles, was ich hier lokal machen muss. Also, ihr müsst natürlich hier den Code noch ein bisschen eleganter editieren, sodass es auch Sinn macht, einen Pull Request zu machen. Aber wenn ich jetzt hier auf dem Online Repo gehe, das ganze Ding neu lade, dann sehen wir, ähm, Sekunde, das war die Main.py, soweit ich weiß. Hier hat sich überhaupt nichts geändert. Aber, es gibt auch hier jetzt einen neuen Branch. Und zwar den Pull Branch. Und ich sehe, in dem Pull Branch sind jetzt hier eben diese Sachen geändert. Dieser Branch ist aber logischerweise noch nicht der Master Branch. Sprich, er ist noch nicht offiziell im Code drin. Ähm, das bedeutet, ich kann hier einfach diesen Pull Request einsehen und kann dann sehen, was sich genau geändert hat. Das heißt, man sieht hier auch, jetzt, also ich als Administrator von diesem, ähm, Repository, kann hier machen, was ich möchte. Ich kann hier zum Beispiel sagen, okay, edit Main.py. Ähm, das sollte man normalerweise irgendwas Ausführlicheres eingeben. Gut, Open bedeutet, ich habe ihn noch nicht bearbeitet. Und jetzt steht hier, welcher User, ähm, da was merchen möchte. Was er merchen möchte. Er möchte, wo rein merchen, also in den Master Branch. Wenn es hier mehrere Branches gibt, kann man da auch in andere Branches rein merchen. Das geht auch. Und von welchem Branch er rein merchen möchte. Okay. Dann wird hier automatisch eine Konversation aufgemacht. Ich kann hier kommentieren. Sehr, sehr gut sogar. Da kann jeder rein kommentieren. Ähm, außer man geht hier auf Log Conversation. Das geht genauso. Ähm, und dann gibt es hier eben noch Reviewers, die man eintragen kann. Also hier könnt ihr dann Leute eintragen, die das ganze Ding nachlesen sollen. Und die müssen alle sagen, hey, ist okay. Ähm, erst dann wird es gemercht. Assignees bedeutet, wer an diesem Ding arbeiten soll, an diesem Pull Request. Und dann kann man hier noch Labels einfügen. Also zum Beispiel Bug, Duplicate, Enhancement, ähm, Help Wanted, Invalid, Question, Won't Fix. Und noch eigene Labels. Ähm, ich werde jetzt hier einfach mal ein Enhancement eintragen, weil das ist ja immer in der Erweiterung. So, und dann sieht das ganze Ding hier bei dem Pull Request auch schon anders aus. Hier steht auch Enhancement dabei. Genau. Und dann kann ich hier noch ein Projekt einfügen, wenn eben mein Repository hier mehrere Projects hat. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, aber jetzt auf jeden Fall nicht dieses Video. Ähm, genau. Und dann haben wir hier noch Milestones. Das ist ziemlich cool. Da kann man auch noch mehrere Sachen reinpacken, wenn welche eingetragen werden würden. Ähm, kommen wir aber vielleicht auch noch drauf. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so das Wichtigste. Das Wichtigste ist hier, was für Commits hat das ganze Ding. Das heißt, hier sehen wir unter den Commits, welche Änderungen komplett, ähm, vonstatten gehen eigentlich. Hier sehen wir, was sich geändert hat. Also hier dieses Hello World hat sich geändert. Hier dieses Hello World mit dem Bindestrich hat sich geändert. Ein Bodenstrich zählt übrigens das ganze Wort. Bei einem Bindestrich zählt scheinbar der Bindestrich als eigenes Wort. Und die haben auch wieder einen Bodenstrich reingepackt. Okay, wir sehen also, was sich alles geändert hat. Und das sehen wir hier über Files Change. Können wir das theoretisch auch alles einsehen. In dem Fall war es halt wirklich wenig Code. Aber was wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wenn jemand anders bei euch in euer Repository Code reinpullen möchte, beziehungsweise einen Pull Request startet. Dann, ähm, müsst ihr ganz wichtig den Code komplett durchlesen. Auch verstanden haben, was das Ding tut. Ansonsten solltet ihr den nicht reinmergen. Ähm, weil derjenige kann natürlich, ähm, nehmen wir einfach mal an, ihr habt, ähm, ja, von mir aus hier das Linux Beispiel. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt dann, äh, jemanden, der da einfach mal ein Virus reingecodet hat und den dann über Pull Request mergen möchte. Wenn den jemand nicht richtig durchliest, dann ist alles kaputt. Das heißt, bevor ihr hier auf Merge Pull Request geht, muss der Code auch wirklich sinnvoll sein. Ähm, vor allem, wenn es in den Master geht. Und, ähm, ja, deswegen machen wir das hier erstmal. Wir gehen hier auf Merge Pull Request und wir sagen hier, das ist in Ordnung, das kann man stehen lassen. Confirm Merge. Und im Endeffekt haben wir jetzt diesen Pull Request gemerged. Und deswegen steht er hier nicht mehr unter den Open, sondern jetzt unter den Closed Pull Request. Also Open sind 0. Ähm, und Closed ist einer. Genau, und jetzt kann ich hier bei meinem Code angucken, was sich geändert hat. Bam, es ist jetzt offiziell die neue Variante. So, jetzt kann ich das natürlich auch sehen unter den 19 Commits. Merge Pull Request from the Morpheus 407 Pull Branch. Das ist ein Branch, der hier, ähm, vorhanden ist. Und den habe ich da reingemerged. Ähm, ich kann hier sehen, was Edit MainPay ist. Die Ansicht kennt ihr ja eigentlich schon. Von dem her, die muss ich euch nicht mehr zeigen. Genau. Und so funktionieren Pull Requests. Und das ist auch der Sinn von Pull Requests, dass sich eben jemand den Code nochmal durchliest, der von einer anderen Person gemacht wurde. Wunderbar. Ähm, jetzt haben wir hier noch zwei Branches rumfahren. Ähm, einmal diesen Pull Branch. Und das ist auch gleichzeitig noch ein Active Branch. Können wir hier eigentlich mal löschen. So. Und jetzt haben wir nur noch einen Branch. Wunderbar. Cool. Und das war es eigentlich auch schon. Vergesst nicht dann hier auf eurem Lokalen immer nochmal hier zu ziehen. Ähm. Und dann habt ihr hier eben genau das Ding hier. Also, da sehen wir dann auch, ähm, hier bei uns lokal ist eben der Pull Branch hier schon wieder reingemerged geworden. Ah, und jetzt habe ich hier natürlich ein Problem, weil ich immer noch meinen Pull Branch ausgewählt habe. Und auf dem möchte ich, äh, habe ich hier aktuell noch gesagt, ich möchte weiterarbeiten. Ich möchte hier eigentlich auf dem Master arbeiten. So. Ähm, genau. Und jetzt pullen wir das Ganze nochmal hier. Okay. Und jetzt arbeiten wir hier eben wieder auf dem aktuellen Branch. Achtet darauf, wenn es irgendwie hier unten Fehler gibt, dann heißt es so viel wie, hey, hast du vielleicht noch den falschen Branch ausgewählt. Auf Pull Branch kannst du eigentlich gerade nicht mehr arbeiten. Ähm, ist vielleicht jetzt gerade nicht so sinnvoll, hier was zu machen. Okay, cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ähm, nächstes Mal schauen wir mal, um was es geht. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.